so leute ich habe es tatsächlich jetzt mal gemacht ich dachte mir eigentlich ich tue die promo packs nicht mehr öffnen ja ich habe ich korea pro pecks noch in die hände gekriegt von damals und die machen wir jetzt direkt auf ich bin da super heiß drauf weg damit so wir haben hier den code konnte man sehen ein konzern nicht und dann haben wir ein tempelgarten oder war ein schockländer drin sowie der tempelgarten ins spiel kommt kannst du zwei lebenspunkte bezahlen falls es nicht so ist kommt der getappten spiel ist halt ein schockland nicht schlecht dann haben wir verbotene freundschaft zwei mana hexerei man erzeugten dinosaurier spiel stein mit eile und weißen menschsoldaten mit nerven weißen menschen natürlich ich kenne die story nicht mehr von der korea es war irgendwie so dass die menschen und die monster nicht befreundet sein durften und savai tri triom savai triom ist ein land ähnlich wie das schockland gebirge ebene sumpf kommt getappt ins spiel also erzeugt entweder grün schwarz oder rot kann man fetschen das ist halt die coole sache an denen mit umwandlung man kann hier auch dreimal nach recyceln also eine karte ziehen wenn die abwerft ja soviel dazu das sind halt die promopacks die sind etwas kürzere videos wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin habe ich seht ciao ciao